Ich bin heute auf der ISH gewesen. Das ist eine sehr beeindruckende Messe und mir ist hier sehr deutlich geworden, wir werden natürlich die Klimaneutralität nur gemeinsam mit der Industrie und mit der Wirtschaft hinbekommen. Nicht gegen die Wirtschaft, nicht gegen die Industrie. Und alle drei, die ich heute besucht habe, ob das Bosch gewesen ist, ob das Fissmann gewesen ist oder ob das auch Rot ist, sind wirklich Ingenieure made in Hessen, die tolle hessische Produkte produzieren und die uns genau auf dem Weg in die Klimaneutralität unterstützen werden.